So, Bayern München gegen Inca Milo So, was ich weiß, muss man einen Zwei-Tore-Vorsprung wegmachen Ich glaube, man spielt ja jetzt da auswärts, oder? Dann spielt man daheim Okay, daheim 3 zu 5 ist, glaube ich, ausgegangen 4 zu 2 4 zu 2, wusste ich doch Oh, echt jetzt? Ja, in den letzten 15 Minuten hat Bayern verschlafen Da sind auch mal aufgegeigt, die kurz vielleicht vor ihrem ersten Viertelfinale Einzug stehen Erstmal im Achtelfinale, vielleicht jetzt sogar erstmal Viertelfinale Für die Bayern, der Viertelfinale Einstation Das war natürlich auch bitter für Bayern Ah Oh, ja da Oh, schade, das war sehr stark Oh, ja da Oh, das ist meine Lassen Sie gleich fahren Jetzt hat mich ein Grünsch 22 Grünsch gekriegt Oh, ja da Ja, Chancen hatten sie genug Aber im Spiel Neusebio macht sein vieres Türchen Oh, die sind drüber Schön ist doch von Neusebio Gut durchgesetzt Nein Yes, Chaco Dacht sich neue verleiten lassen Okay, aber es ist jedoch kam Verteiliger hin Also, Mutter Neuer Das war eine sehr schnelle Antwort von hinter Mailand Bist du, Papa? Bist du, Deppert? Bist du, Deppert? Bist du, Deppert? Das war jetzt aus einer anderen Dimension Ganz Abwehr ausgedrübelt Alle vier Und jetzt braucht Bayern drei Treffer Sein Inter hat genauso viel aus Als soll Nichts Okay Und jetzt Jetzt Entriebe Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The referee has indicated there will be a minimum of three minutes of Adi Zanin. Yes. And then the end of the game is fine. Yes. So. So. No. 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 so viel zu lang Zeit echt hat er denn jetzt noch hinten abglückt jetzt der Konter heute unglaublich unglaublich dass der dann noch durchkommt heute hinter Mailand naja den musst du haben, der war nicht immer so leicht so schwer geschossen boah das ist schön, da ist er ja wieviel brauchen sie noch, noch 3 oder? hmmm, bleibt's oh ja, noch 3 ja, 2 um gleich zu ziehen, aber dann da die Freunde jetzt nicht, ah, Auswärtssage jetzt messend oh man oh 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 nein das war schreck oh 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 Oh, da schießt er so schwarz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Come on. Nein. Nein. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020